Trennung kurz nach der Traung. Es ist schon wieder alles aus und vorbei. Das Hochzeit auf den ersten Blick Paar Bianca und Oliver hat sich kurz nach ihrer Traung jetzt schon wieder getrennt. Kurz nach ihrer Hochzeit kamen bei dem Paar bereits erste Zweifel auf und auch während ihrer Hochzeitsreise in Vietnam wurde die Stimmung zwischen ihnen nicht besser, worauf sie ein klärendes Gespräch führen mussten. Ehrlich gesagt ist es so, dass ich sage, das Experiment ist gescheitert, ich fühle mich nicht als Ehemann, sondern als guter Freund zu dir hingezogen. Bei mir kommen keine Gefühle auf. Für mich hat sich herauskristallisiert, da wird keine Liebe kommen, sagt Oliver. Bianca sieht das ähnlich und erklärt, dass, auch wenn sie sich super gut verstehen, der Wunsch nach körperlicher Nähe fehle. Ihre Entscheidung fällt beiden sichtlich schwer, doch sie sind sich sicher, dass es für sie als Ehepaar keine Zukunft geben würde. Das teilen Bianca und Oliver dann Expertin Dr. Sandra Kühldorfer per Videocall mit, die den frühzeitigen Abbruch des Experiments mindestens genauso schade findet, wie das Paar selbst.